Sie schreiben einen Forumsbeitrag zur Stressbewältigung in der digitalen Welt. Äußern Sie Ihre Meinung zum Einfluss digitaler Medien auf unseren Stresslevel. Nennen Sie Gründe, warum es schwierig sein kann, sich von digitalen Geräten zu trennen. Nennen Sie Möglichkeiten, wie man digital entgiften kann. Nennen Sie Vorteile einer digitalen Auszeit. Denken Sie an eine Einleitung und einen Schluss. Bei der Bewertung wird darauf geachtet, wie genau die Inhaltspunkte bearbeitet sind, wie korrekt der Text ist und wie gut die Sätze und Abschnitte sprachlich miteinander verknüpft sind. Schreiben Sie mindestens 150 Wörter. In letzter Zeit ist zu beobachten, dass digitale Medien unser Stresslevel immer stärker beeinflussen. Meines Erachtens ist es entscheidend, dass jeder im Alltag versucht, weniger Zeit am Handy zu verbringen. Allerdings ist es oft eine Herausforderung, sich von digitalen Geräten wie Handys zu trennen. Ausschlaggebend dafür ist, dass heutzutage unsere Handys nicht nur als Telefone funktionieren, sondern auch als digitale Zeitungen, Musikspieler, Online-Chatraum und Computer. Zwar könnten die Handys mit ihren vielfältigen Eigenschaften unser Leben erleichtern, aber es ist auch möglich, dass wir immer mehr von unseren Smartphones abhängig werden. Eine weitere mögliche Ursache für sogenannte Handysucht ist der fehlende Austausch mit anderen Menschen im Alltag. Die Vorteile einer digitalen Auszeit sind vielfältig. Beispielsweise hätte man mehr Zeit, Beziehungen mit Menschen zu verbessern. Ein nicht zu unterschätzender Pluspunkt ist die Verringerung von Angstgefühlen und Depressionen, die durch soziale Medien verursacht werden. Um die Abhängigkeit von Handys zu reduzieren, gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Man könnte öfter seine Freunde und Freundinnen einladen, sich zu treffen, anstatt miteinander zu telefonieren oder SMS zu schicken. Demgegenüber könnte man täglich einen handyfreien Zeitraum einführen, damit man sich auf seine Aufgaben oder Hobbys konzentrieren kann. Aus den genannten Gründen komme ich zu dem Schluss, dass man mit etwas Mühe und Motivation eine digitale Auszeit schaffen und den Stresslevel verringern kann. Du brauchst die Perfum, ich weiß, du schaffst das. Mit deiner Power und viel Spaß, du bist bereit, jetzt geht los. Mit deinem Wissen geht's ganz groß.